Voll im Gange sind weiterhin die Amadeus Junior Specials hier im Salzburger Flachka in Lamprechtshausen. Das offizielle internationale Nachwuchsturnier für Children, Ponyreiter, Junioren, Junge Reiter und U25. Die Jüngsten waren gerade am Werk, hier war 1,10 Meter eine Punktespringprüfung, die gewonnen wurde von einer Lamprechtshausnerin. Also, sie hat den Druckstand gehalten, hier vor heimischer Kulisse am Ende auf Rang 1 zu stehen, nämlich Antonia Weichselbraun-Jutzer. Antonia, heute hat es endlich geklappt. Zum ersten Mal in deinem Leben ist die österreichische Nationalhymne für dich gespielt worden als Siegerin mit deiner Carlotta. Wie war das Gefühl, so ganz vorne zu stehen und die Hunde wird gespielt? Sehr gut. Sie strahlt über das ganze Gesicht. Antonia, wie war es mit dem Druck vor heimischer Kulisse? Du hast dich ja extra vorbereitet auf dieses Turnier und da wollen wir dir immer das Beste geben. Wir haben so viele internationale Zuseher. Und, warst du nervös? Ja, schon ein bisschen. Was war denn jetzt der Unterschied? Du bist ja zuerst mit dem Pony auch schon geredet, die Little Lady warst du ja auch unter den Besten platziert. Was war denn der Unterschied zwischen Carlotta und Little Lady? Ja, die Little Lady, die galoppiert halt eher von selber und die Carlotta muss man halt mehr treiben. Und wer liegt da jetzt besser von den beiden? Das kann ich nicht sagen. Wie hast du den Parcours gefunden, den was Franz Madl da in die Bank gestellt hat? Gut, hab ihn gefunden. War er schwer? Ja, schon. Ja, wir haben gesehen, bei der Little Lady, wenn wir so wirklich mal so unter uns sind, wir zwei unter vier Augen, so der letzte Ochse mit der Little Lady, der war schon ein bisschen dicht, oder? Ja, der war sehr dicht. Wie ist denn das eigentlich? Du hast ja ganz einen berühmten Papa, der schon viele Titel geholt hat, österreichische Meistertitel, Landesmeistertitel und der ist ja im Fernen Magna Rasino selbst am Turnier. Kommst du jetzt mit deinen jungen Jahren schon alleine ganz gut zurecht, ohne Trainer? Also meine Mama hilft mir sehr gut. Also da kann mein Papa ein bisschen verschmerzen, oder? Ja, schon. Jetzt einmal ehrlich unter uns, aber wenn er dann da ist an der Seite, wenn es richtig um das Eingemachte geht bei Landesmeisterschaften in wenigen Wochen, ist es auf einmal mein Daumen, oder? Ja, auf jeden Fall. So, dann wünschen wir dir morgen fürs Finale noch alles, alles Gute. Vielleicht sehe ich es nochmal als Siegerin wieder. Ich bin befreundet. Ja, danke.